So, hallo und willkommen zurück beim zweiten Teil von Snowboard Kids 2. Jawoll! Jetzt geht's weiter mit den drei anderen Bahnen und die gucken wir uns jetzt natürlich auch nochmal an. So, Jingle Town hatten wir das letzte Mal. Wendys Haus, also ich kenn die ganzen Bahnen ja noch gar nicht, aber egal. Wir werden das Kind schon schaukeln, nech? So, dann... Hui! Och, scheiße. Ist ja zum Glück kein bisschen bunt hier. Weg hier! Ah, Fettsack! Hey. Was ist das Lachen, ey? Ein Klavier, ein Klavier? Ach, da war ein Sprung. Ja, der sagt nochmal. Was ist denn das hier? Ah! Scheiße! Oh! Die alte Drecksau! Schmeiß sie mir vor die Füße! So, das ist natürlich jetzt... Ach, du heilige! Ach! Huch! Ach! Himmelsakrament nochmal! Okay! Oh ja, schön daran vorbei! Oh! 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 Was ist... Wohin? Was ist hier los? Ah! Okay! Scheiße! Huch! Irrgarten oder was? Ach, du heilige! Die fährt doch sowieso keine Sau lang. Und hier ist normaler Weg wieder, ne? Wir hatten so ein Haus! Huch! Wo ist denn das Ende? Oh Gott! So, links oder rechts? Rechts! Alles klar! Ach, so ne schöne rosa-lilane Bank! Okay! Okay! Und weiter geht's! Oh, da bin ich glatt drüber gesprungen! Hast du das gesehen? So, die blaue Kiste möchte ich bitte haben! Jawoll! Wah! Das ist... Ach, kacke! So! Ich bin vierter! Das ist uns aber nicht nett von euch, Freunde! Ach, das ist nur... Ach, du heilige! War das vorhin auch schon? Das gibt's doch gar nicht! Na, warte! Das Lachen wird euch noch vergehen! War ich ja eigentlich richtig? Wof, wof, wof! Sind das Zwiebeln? Alter, bin ich weiterhin... Ach, kackt doch die Wand an! Ach, kackt doch die Wand an! Ich weiß nicht, ob das was bringt, aber egal! Ich weiß nicht, ob das was bringt, aber egal! Na, da fahren sie gerade alle nach oben! Na ja! Nächste Runde! Ich sag's euch, Leute! Dann! Aber! Mit Karacho! Jetzt fahren wir auch mal ein bisschen schneller da hoch! Das ist ja nicht auszuhalten! Oh, die Drecksschweine! Du bist schon letzter! Du! 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 Ich weiß nicht, warum ich nicht gut weiß, ob es doch noch Tricks macht! So.. So, ich bin wieder am Rennen. Jetzt geht's hier rund. Ah, Schweinebacken. Ah, die sind Zwiebeln hier. Dann macht der sie unsichtbar. Ich weiß gar nicht, warum schieße ich die denn? Wo fahren die? Okay, der fährt hier. Nein! Ah, leck mich doch! Dreckschweine! Ach, Dritter. Naja, was willst du machen, ne? So. Jetzt kommt Lindas Castle. Mal gucken, was das für eine Scheiße wird. Wir bleiben hier bei der ganzen Ausstattung. Ach, du heilige. Oh, oh, oh. Ah! Was ist? Du kriegst die Tür nicht zu. Alter! Ob das so gut war? Nein, war es nicht. Au! Oh! Scheiß die Wand an! Ach, Kacke! Zu früh abgesprungen! Oh! Frechheit! Na, warte! Oh, ja, natürlich! Noch einen auf den Kopf! Stein! Oh, Blumwiese schön! Oh, nicht sliden hier! Ah! Du kannst ja auch links rum fahren und rechts rum. Okay. Oui! Ich glaube, links rum ist jetzt einfacher. Oh! Irrgarten. Schafe? Ernsthaft? Oh! Ah! Ich sehe nicht, wo es lang geht! Hilfe! Wo ist denn Nancy hin? Du alter Verwalter! Jetzt reicht es aber! Ja, toll! Arm Arsch hängt der Hammer! Hier sind Zuschauer! Oh! Oh! Was? Oh, nein! Oh, kacke. Das ist echt scheiße. Oh, fahr doch mal ein bisschen schneller da hoch. Ja, das ist, wenn du die Bahn nicht kennst. Oh, was ist das, was ist das? Ja, am Arsch. Komm schon, ich bin doch schon letzter. Das war nicht so grandios. Ich komm hier nicht um die Kurve. Okay, ich bin übelst weit hinten. Mal gucken, ob das eines Tages noch... Ja, das wird nix. Okay, das wird jetzt natürlich etwas schwierig, da wieder ranzukommen. Ich kipp mein Bestes! Hauptsache, Tricks machen. Und die Schafe. Geh weg, du olle Schaf. Waaah! Na, Nancy ist... Aber es ist jetzt die zweite Runde. Au! 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 Oh, jetzt aber. Ich bin wieder mit im Rennen. Ich hab gleich noch ne Tellermine, die schmeiß ich. Und dann geht das hier weiter. So, jetzt aber. Guck dir das an. Zweiter. Das hast du dir so gedacht, mein Freund. Und dann? So, jetzt fahren wir mal links rum. Ja, links rum ist wesentlich einfacher. Das hast du dir so. Du, 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 du. Du, 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 du. Nein! Ach, das gibt's doch gar nicht! Och, Freunde der Sonne! Ich bin doch grad so gut! Oh, leck mich! Ah! Oh! Scheißdreck! Verdammt! Ich bin trotzdem schneller! Yeah! Ha! Ich hab gewonnen! Hey! So! Letzte Bahn! Crazy Jungle! Wuhu! Ja! Machen wir! Ah, echt wieder mit seinem... Ah! Hui! Okay, alles klar! Damit hast du nicht gerechnet, wa? Hui! Oh! 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 So, ein außer Gefecht gesetzt! Oh, scheiße! Da kommst du aber richtig scheiße um die Kurve! Oh! 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 Ah! Wieder durchs Wasser! Ah! Du heilige Scheiße! Ah! Du scheiße! Na, klasse! So, wo lang? Man sieht hier gar nichts! das hätte ich mir mal aufsparen sollen ich weiß jetzt nicht welche was zum was war das habt ihr das gesehen ich bin da 30 meter durch die luft alles klar hier ist der leopard alles klar krokodil ich habe gar keine knete was ist passiert hier schießen bomben raus ernsthaft mit knochen ist ja schon niedlich gemacht muss man ja sogar so sagen nein das war scheiße ich aus der karte fallen aber hier kommt natürlich ganz beschissen um die kurve und dort seitwärts auch noch gegen den stein geslidet hier Das ist doch wohl nicht wahr. Willst du mich verarschen oder was? Das gibt's doch gar nicht. Ah, nein! Das war knapp hier eben, hast du das gesehen. Okay, ich hab kein Taler. Checking! Okay, rechts wieder rein. Ja, ja! So! Und hopp! Ach, ich hab mich unsichtbar gemacht, das war auch nicht so gut planen. Oh, Nancy, ich muss diese blöde Kuh einfangen. Das gibt's doch gar nicht. Was war das denn? Da lag ein Stein hinter. Ist das ja nicht wahr, oder was? Gut, der dicke Tommy, dem macht mir jetzt nicht so viele Sorgen eigentlich. Oh! Oh! Oh, fahr doch, du Arschgesicht! Das wird nix! Ja, toll! Und Vollspeed durch die Krokos! Das wird nix! So, den haben wir Ja, Zweiter Ach, du Scheiße Jo, das war die letzte Bahn Und dann, äh Ich gucke mal, ob ich noch die Die Story-Spiele Mal gucken, was mich da erwartet Aber fürs Erste soll das Es wieder gewesen sein, also bis dahin Tschüss